Hallöchen? Ja? Tag, Stewie. Ich führe die Zuschauer durchs Family Guy Studio. Und wir dachten, wir kommen mal vorbei und reden mit dir über die Serie. Über die Serie reden? Ich sag euch was über sie. Die Serie ist kacke. Ich bin überhaupt nur noch dabei, weil ich mein Startup-Business promoten will. Diskrete-Krebs.com Hi! Sind Sie ein erwachsener Heteroman, der gern Krebs isst, ohne dass die Menschen unerwünschte Rückschlüsse auf ihr Privatleben ziehen? Gehen Sie zu diskrete-krebs.com, bestellen Sie und innerhalb von 30 Minuten... Eine sehr maskuline Pizza-Lieferung für Stewie, Griffin. Oh, danke schön! Mh, Erdbeere-Banane-Nutella mit Himbeersößchen. Jetzt brauche ich nur noch einen knackigen Knabenpopo, von dem ich's runterfuttern kann.